Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15, Liga 1 zu spielen gegen Real mit Real, diesmal ohne Schnee. Hier haben wir einen wieder schönen Plünen. Das freut mich besonders. Es geht schon mal zügig los hier. Wenn es da noch klappen würde, was ich denke, oder was ich denke zu machen. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Oh. Modric. Prost. Beel. Kabahal. Jetzt kommt er mich aus. Aber ich bin begeistert. Na, keiner kann sich gegeneinander durchsetzen. Ich darf da den Torhüter nicht rausholen. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Den Fehler, den der letzte Gegner vorhin im letzten Spiel gemacht hat. Ja. Mal schauen, Benzema, mach wenigstens noch eins. Natürlich nicht. Und ciao, Benzema. Vamos. Groß. Ja, Ecke in der Hecke. Die großen ganzen Stütz. Wir haben es in der 2. Sie müssen sagen, wir haben es schon 50. Oh. Ohohoho. 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 Kommt mir weh. Gut so. Guter Heuer. Halbzeit. Als nur hinten. Aha. Ohohoho. 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 Na ja, versuchen wir es mal. Aber schlecht. Schwach geschossen. Komm schon, Ronaldo. Komm, Ronaldo. Komm. Komm. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Was hält denn der? Das hat der heute früh zu sich genommen. Oh, scheisse. Luk oficial. Den hat er natürlich. Oh, scheisse. Junge! Vamos! Nein! Wieso machst du sowas? Wieso tust du mir das an? Gut passiert. Scheisse! Das wars. Ja, ich muss mich halt beeilen in so einem Moment und dann kommt halt sowas geil aus. Das ist super ärgerlich. Das ist einfach nur super ärgerlich. Ach Gott, liebe Güte. 2-0 verloren. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich.